Das Kapitol, Herz der amerikanischen Demokratie. Am 6. Januar 2021 soll hier die Präsidentschaftswahl feierlich bestätigt werden. Ich dachte immer, das Kapitol sei vollkommen sicher. Stattdessen stürmt ein wütender Mob den Kongress, bedroht die gewählten Volksvertreter und Sicherheitskräfte. Mein Leben war in den Händen eines wütenden Mobs, der entschied, ob ich weiterlebe oder sterbe. Stattdessen Stattdessen Stattdessen